Morgens nach dem Aufwachen geht meist der erste Griff an das Handy. Und auch den Tag über ist das Smartphone ein ständiger Begleiter. Egal ob Mails lesen, Nachrichten schicken oder die sozialen Medien checken. Der Mensch schaut im Durchschnitt alle 11 Minuten auf seinen elektronischen Helfer. Daher ist es gar nicht so einfach, das Smartphone öfter aus der Hand zu legen. Diese 5 Tipps können helfen. Wenn das Smartphone-Display nicht in bunten Farben leuchtet, sondern nur noch Grautöne anzeigt, wird es für viele unattraktiver. Dadurch wird es automatisch nicht mehr so oft und lange hergenommen. Es gibt verschiedene Apps, die dabei helfen, die Handynutzung zu organisieren, indem sie die Dauer der Nutzung darlegen oder sogar für einen selbstdefinierten Zeitraum diverse Funktionen sperren. Push-Benachrichtigungen halten einen ständig auf dem Laufenden und sollten ausgestellt sein. Viele schauen immer wieder auf das Handy, um nachzusehen, wie spät es ist und bleiben dann am Smartphone hängen. Dagegen hilft ganz einfach, eine Armbanduhr anzuziehen und die Uhrzeit dort abzulesen. Ganz auf das Handy zu verzichten, ist für die meisten unmöglich. Daher ist es schon hilfreich, bestimmte Uhrzeiten festzulegen, an denen das Mobiltelefon genutzt werden darf.